1, 2, 3 Snow is falling All around me Children made it Having fun It's the season Of love and understanding Merry Christmas Merry one Meine Damen und Herren, einen Applaus für den Stefan Schmarrn! Stefan, deine erste Halbsaison als echter nomineller Rapid Kapitän ist vorbei. Ein ganz kurzes Resümee? Ja, für mich selber jetzt sicher lehrreiche Zeit. Einiges mitgenommen von der ganzen Saison, von der Situation und ich bin froh, dass wir jetzt da stehen wo wir sind, auch wenn wir vielleicht den einen oder anderen Punkt zu wenig haben. Aber wie gesagt wir wachsen weiter und ich lerne dazu und ich bin froh, dass ich diesen Job jetzt ausfüllen darf. Ich fühle mich richtig wohl und mir macht es wirklich Spaß und von dem her alles gut. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Was steht im Hause Schwab an? Gibt es jetzt einmal wirklich keine Fußballerholung? Woher geht's auf Urlaub? Ja, ich fahre jetzt einmal zu mir nach Seyfelden. Ich hoffe, dass es viel schnell liegt, dass wir ein schönes weißes Weihnachten haben. Ich werde dort meine Familie antreffen natürlich und mit denen gemeinsam feiern. Und ja, nach Weihnachten werde ich mit der Freundin noch ein bisschen an die Sonne fliegen, ein bisschen baden und schauen, dass wir wieder die Akkus aufladen. Ja, und am 3. bis zum nächsten Mal. Ladies and gentlemen, Mr. Ballie, 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 Goalie! Summer Auf Wiedersehen. Es ist sehr schön. Es gibt viele Leute hier und ich denke, dass alle glücklich sind. Es ist sehr schön, es ist sehr schön und ich bin froh, dass ich hier in der ersten Weihnachtspartner bin. Wir haben auch gehört, dass du singst. Ist das ein bisschen glückliches für dich? Ja, ich mag singen, aber ich glaube, dass ich keine großen Talent in singen habe. Aber es ist immer schön und lustig, wenn es dich glücklich macht, zu singen, warum nicht? Du bist jetzt über eine halbe Jahr mit Rapid Wien. Was denkst du über diese ersten Monate hier? Sind Sie glücklich? Ja, ich denke, wir haben einen guten Job gemacht. Es könnte ein bisschen besser sein, aber ich denke, dass die Team uns motiviert und fit, um mehr zu machen, als wir in den ersten Monaten in den ersten Monaten haben. Ich denke, dass wir jetzt eine kleine Pause haben. Es ist Zeit, um ein bisschen zu relaxieren und dann die letzte Partie zu geben. Was gonna cause die Zeit, um 4.1 Uhr zu machen. Vielen Dank.